Polizeiberichte Berlin 14. Januar 2023 Wenn du keine Polizeiberichte oder wichtige Meldungen der Polizei Berlin verpassen willst, abonniere unseren Kanal. Bericht Alkoholisierter Fahrer prallt gegen geparkte Fahrzeuge Nummer 0074 In Kreuzberg verursachte der Fahrer eines Pkw gestern Abend einen Verkehrsunfall, bei dem er und sein Beifahrer verletzt wurden. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der 38-Jährige mit einem Peugeot gegen 18.20 Uhr die Bücherstraße in Richtung Südstern und bog nach rechts in die Kneisenau-Straße ab. Dabei verlor der Mann die Kontrolle über den Kleinwagen und prallte gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Porsche, der durch den Aufprall drei weitere abgestellte Autos aufeinander schob. Der Peugeot-Fahrer, der alkoholisiert wirkte, und sein 46-jähriger Beifahrer wurden verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten beide Männer in Krankenhäuser. Der Fahrer konnte die Klinik nach ambulanter Behandlung und Blutentnahme wieder verlassen, sein Mitfahrer wurde mit Kopfverletzungen stationär aufgenommen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 5, City, übernommen. Bericht Alkoholisierter Fahrer prallt gegen geparkte Fahrzeuge Nummer 0074 In Kreuzberg verursachte der Fahrer eines Pkw gestern Abend einen Verkehrsunfall, bei dem er und sein Beifahrer verletzt wurden. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der 38-Jährige mit einem Peugeot gegen 18.20 Uhr die Bücherstraße in Richtung Südstern und bog nach rechts in die Kneisenau-Straße ab. Dabei verlor der Mann die Kontrolle über den Kleinwagen und prallte gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Porsche, der durch den Aufprall drei weitere abgestellte Autos aufeinander schob. Der Peugeot-Fahrer, der alkoholisiert wirkte, und sein 46-jähriger Beifahrer wurden verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten beide Männer in Krankenhäuser. Der Fahrer konnte die Klinik nach ambulanter Behandlung und Blutentnahme wieder verlassen, sein Mitfahrer wurde mit Kopfverletzungen stationär aufgenommen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 5, City, übernommen. Bericht, mit Feuerwerksrakete auf Pkw geschossen. Nummer 0075 Passanten alarmierten gestern Abend die Polizei zu einer Straßenkreuzung in Schöneberg. Nach den Angaben von Zeuginnen und Zeugen wurde gegen 21 Uhr aus einer etwa 10 Personen starken Gruppe an der Kreuzung Potsdamer Straße-Palaststraße-Göbernstraße heraus Pyrotechnik, vermutlich Raketen, abgefeuert. Eine Rakete flog durch eine geöffnete Scheibe auf der Beifahrerseite in den VW eines 32-Jährigen, der in diesem Moment mit seinem Fahrzeug an einer roten Ampel hielt, und explodierte im Innenraum. Der Autofahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Teile des Innenraumes und Kleidungsstücke des Fahrers wurden beschädigt. Eine 25-jährige Fußgängerin zeigte zudem an, dass sie ebenfalls durch einen explodierenden Gegenstand leicht an einer Hand verletzt wurde. Die Personengruppe, aus der heraus die Gegenstände abgeschossen wurden, flüchtete unerkannt in Richtung Potsdamer Straße. Die Ermittlungen zu der Sachbeschädigung und den gefährlichen Körperverletzungen dauern. An und wurden von der Kriminalpolizei der Direktion 4, Süd, übernommen. Bericht, Diebe mit Unterstützung des Polizeihubschraubers festgenommen kleiner als a diverse li-flexautoteaser-listitem-größer als Nummer 0076 Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 32 wurden gestern Abend zu einem Diebstahl nach Marzahn alarmiert. Eine Anwohnerin der Havemannstraße hatte gegen 21 Uhr beobachtet, wie zwei Männer an einem Pfand der Marke Mercedes-Benz hantierten, das Fahrzeug gewaltsam öffneten und kurze Zeit später Werkzeuge und Kisten daraus entnahmen. Das Diebesgut luden sie in einen daneben abgestellten BMW, mit dem beide davon fuhren. Den zwischenzeitlich eingetroffenen Einsatzkräften gelang es, Sichtkontakt zu dem Fluchtfahrzeug herzustellen. Mit dem Anhaltesignal Stoppolizei forderten sie den 29-jährigen Fahrzeugführer auf, anzuhalten, worauf dieser jedoch nicht reagierte und stattdessen seine Fahrt mit stark überhöhter Geschwindigkeit fortsetzte. In der Zossener Straße setzte der Mann das Fahrzeug gegen einen Bordstein, das Auto kam zum Stehen. Beide Tatverdächtige flüchteten anschließend zu Fuß vom Unfallort. Während Einsatzkräfte den 29-Jährigen nach kurzer Verfolgung festnehmen konnten, blieb der zweite Tatverdächtige, ein 24-Jähriger, zunächst unentdeckt. Er konnte später mit Unterstützung des Polizeihubschraubers unter Einsatz einer Wärmebildkamera in einem Gebüsch am Ufer der Wuhle ausfindig gemacht und dort festgenommen werden. Bei der Flucht hatte der 24-Jährige mehrfach Böller auf die Einsatzkräfte geworfen, wobei ein Polizist am Bein verletzt wurde. Der Beamte konnte nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus im Dienst verbleiben. Die beiden Tatverdächtigen, die in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügen, kamen zur Feststellung ihrer Identitäten in einen Polizeigewahrsam, von wo aus beide der ermittlungsführenden Kriminalpolizei überstellt wurden. Sie sollen im Laufe des Tages einem Richter zum Erlass von Haftbefehlen vorgeführt werden. Die Ermittlungen, unter anderem wegen schweren Diebstahls, Verkehrsunfallflucht, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und täglichen Angriffs. Auch Vollstreckungsbeamte dauern an. Das Fluchtfahrzeug, darin befindliches, mutmaßliches Diebesgut und der Führerschein des 29-Jährigen wurden beschlagnahmt. Bericht, Diebe mit Unterstützung des Polizeihubschraubers festgenommen. Nummer 0076 Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 32 wurden gestern Abend zu einem Diebstahl nach Marzahn alarmiert. Eine Anwohnerin der Havemannstraße hatte gegen 21 Uhr beobachtet, wie zwei Männer an einem Pfand der Marke Mercedes-Benz hantierten, das Fahrzeug gewaltsam öffneten und kurze Zeit später Werkzeuge und Kisten daraus entnahmen. Das Diebesgut luden sie in einen daneben abgestellten BMW, mit dem beide davon fuhren. Den zwischenzeitlich eingetroffenen Einsatzkräften gelang es, Sichtkontakt zu dem Fluchtfahrzeug herzustellen. Mit dem Anhaltesignal Stoppolizei forderten sie den 29-jährigen Fahrzeugführer auf, anzuhalten, worauf dieser jedoch nicht reagierte und stattdessen seine Fahrt mit stark überhöhter Geschwindigkeit fortsetzte. In der Zossener Straße setzte der Mann das Fahrzeug gegen einen Bordstein, das Auto kam zum Stehen. Beide Tatverdächtige flüchteten anschließend zu Fuß vom Unfallort. Während Einsatzkräfte den 29-Jährigen nach kurzer Verfolgung festnehmen konnten, blieb der zweite Tatverdächtige, ein 24-Jähriger, zunächst unentdeckt. Er konnte später mit Unterstützung des Polizeihubschraubers unter Einsatz einer Wärmebildkamera in einem Gebüsch am Ufer der Wuhle ausfindig gemacht und dort festgenommen werden. Bei der Flucht hatte der 24-Jährige mehrfach Böller auf die Einsatzkräfte geworfen, wobei ein Polizist am Bein verletzt wurde. Der Beamte konnte nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus im Dienst verbleiben. Die beiden Tatverdächtigen, die in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügen, kamen zur Feststellung ihrer Identitäten in einen Polizeigewahrsam, von wo aus beide der ermittlungsführenden Kriminalpolizei überstellt wurden. Sie sollen im Laufe des Tages einem Richter zum Erlass von Haftbefehlen vorgeführt werden. Die Ermittlungen, unter anderem wegen schweren Diebstahls, Verkehrsunfallflucht, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und tätlichen Angriffs. Auf Vollstreckungsbeamte, dauern an. Das Fluchtfahrzeug, darin befindliches, mutmaßliches Diebesgut und der Führerschein des 29-Jährigen wurden beschlagnahmt. Bericht, Brandstiftung an geparktem Fahrzeug Nr. 0077 In der vergangenen Nacht brannte in Marzahn ein PKW vollständig aus. Gegen 2.15 Uhr bemerkte ein Anwohner des Helene-Weigel-Platzes Flammen an einem auf einem Großraumparkplatz abgestellten VW und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer, konnten jedoch nicht verhindern, dass der Wagen vollständig ausbrannte und fünf weitere in der Nähe geparkte Fahrzeuge ebenfalls beschädigt wurden. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung dauern an und wurden von einem Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen. Bericht, Diebstahl und Sachbeschädigung an Landesvertretung Nr. 0078 Einsatzkräfte wurden heute früh zur Landesvertretung Nordrhein-Westfalens in Tiergarten alarmiert. Nach den bisherigen Ermittlungen soll sich gegen 3.50 Uhr eine Gruppe von mindestens zehn Personen an dem Gebäude der Vertretung in der Hiroshima-Straße aufgehalten haben. Personen aus dieser Gruppe sollen einen Buchstaben aus einem vor dem Objekt montierten Schriftzug entfernt und auf eine Sackkarre geladen haben. Als Polizeikräfte wenig später eintrafen, flüchteten die Mitglieder der Gruppe unter Zurücklassung der Karre und des Buchstabens in Richtung großer Tiergarten. Die Kräfte nahmen zwei tatverdächtige Männer in der Nähe fest. Der 25-Jährige wurde nach Feststellung seiner Personalien am Ort entlassen, der 22-Jährige konnte nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung seinen Weg fortsetzen. Während der Sachverhaltsaufnahme stellten die Einsatzkräfte zudem zwei Schriftzüge auf Glasscheiben des Gebäudes der Landesvertretung fest. Die Ermittlungen wegen Diebstahls und Sachbeschädigung dauern an und wurden von einem Fachkommissariat des polizeilichen Staatsschutzes beim Landeskriminalamt übernommen. Bericht, Diebstahl und Sachbeschädigung an Landesvertretung Nummer 0078 Einsatzkräfte wurden heute früh zur Landesvertretung Nordrhein-Westfalens in Tiergarten alarmiert. Nach den bisherigen Ermittlungen soll sich gegen 3.50 Uhr eine Gruppe von mindestens zehn Personen an dem Gebäude der Vertretung in der Hiroshima-Straße aufgehalten haben. Personen aus dieser Gruppe sollen einen Buchstaben aus einem vor dem Objekt montierten Schriftzug entfernt und auf eine Sackkarre geladen haben. Als Polizeikräfte wenig später eintrafen, flüchteten die Mitglieder der Gruppe unter Zurücklassung der Karre und des Buchstabens in Richtung großer Tiergarten. Die Kräfte nahmen zwei tatverdächtige Männer in der Nähe fest. Der 25-Jährige wurde nach Feststellung seiner Personalien am Ort entlassen, der 22-Jährige konnte nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung seinen Weg fortsetzen. Während der Sachverhaltsaufnahme stellten die Einsatzkräfte zudem zwei Schriftzüge auf Glasscheiben des Gebäudes der Landesvertretung fest. Die Ermittlungen wegen Diebstahls und Sachbeschädigung dauern an und wurden von einem Fachkommissariat des polizeilichen Staatsschutzes beim Landeskriminalamt übernommen.